Was ist der Launch des neuen Temperaturtransmitters T38, verfügbar in einer Kopf- und in einer Schienenvariante? Es handelt sich hierbei um einen voll nach 61.508 entwickelten Transmitter mit einer vollintegrierten H7-Funktionalität. Grundsätzlich sind wir hier sehr, sehr stolz auf die Außenabmessungen, auf die Formgebung des Transmitters. Wir haben hier die größten Klemmen mit dem größten Klemmbereich am Markt installiert und haben auch allgemein eine sehr, sehr gute Bedienbarkeit hierdurch realisieren können. Des Weiteren steht zur Konfiguration die Standard-Tools wie die DSDTMs zur Verfügung und zusätzlich ein eigens von WIKA entwickeltes Software-Tool, das hier in Verbindung mit dem patentierten WIKA Schnellkontakt MacWiK innerhalb von wenigen Sekunden mit dem Transmitter verbunden werden kann und dort auch durch ein innovatives und für Touch-Displays optimiertes Bedienkonzept wirklich hier einmalig schnell und einfach zu konfigurieren ist. Parallel gibt es zu dem T38 Transmitter noch ein neues Clip-on-Display, das einfach eine sehr, sehr einfache und günstige Vor-Ort-Anzeige realisiert. Dafür stellen wir zusätzlich unsere neue Thermometer-Kopf-Familie vor. Wir haben hier die hohe Variante mit der Sichtscheibe. Alternativ dazu gibt es einen geschlossenen Tiefendeckel, um einen Standard-Thermometer-Kopf abbilden zu können und last but not least einen hohen Deckel, der die Montage von zwei Ebenen, also auch zwei Transmittern, in einem Gehäuse zulässt. Das ist auch ein Das ist auch ein Das ist auch ein Vielen Dank.